Tolle Stimmung beim ersten Wiener Derby im neuen Allianz-Stadion. Die Arena ist schon seit zwei Wochen ausverkauft. Und Rapid-Trainer Mike Büskens muss die Innenverteidigung neu besetzen. Mit Max Hofmann und Mario Sonnleitner, der damit zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison eingesetzt wird. Die Austria startet gut und kommt schon nach drei Minuten zum ersten Mal gefährlich in den Rapid-Strafraum. Und zwar über Larry Coyote. Rapid macht in einem intensiven Spiel zunächst zu viele Fehler und wird deshalb erst nach einer halben Stunde richtig gefährlich. Joelton kommt hier nach schönem Zuspiel von Trösterson zum Abschluss. Und mit dieser Chance ist Rapid erst richtig im Spiel angekommen. Zwei Minuten später schon wieder Joelton da im Kopfballduell mit Macinko und Schwab kommt auch noch zum Abschluss. Guter Einsatz des Austria-Verteidigers hier. Macinko ohne Foul gegen Joelton. Rapid drückt in dieser Phase auf den Führungstreffer. Der fällt dann aber auf der anderen Seite. Strebinger ist mit den Fingerspitzen dran. Dann Sonnleitner gegen Grünwald. Und Schiedsrichter Harald Lechner zeigt auf den Punkt. Und das ist eine glückliche Entscheidung für die Austria. Denn Sonnleitner trifft hier eigentlich den Ball. Der Kopf von Grünwald ist weit unten. Trotzdem gibt es Strafstoß und den verwandelt Raphael Holzhauser nach 37 Minuten zum 1 zu 0 für die Wiener Austria. Souveräner Elfer, zweites Saisontor für Holzhauser. Die Austria geht zu diesem Zeitpunkt doch überraschend in Führung. Und Rapid versucht sofort den Ausgleich zu erzielen. Nach 43 Minuten gibt es die Topchance für Louis Schaub. Der scheitert an Hatzikic und dann kommt auch noch Stefan Schwab, der Rapid-Kapitän, zum Abschluss. Joelton hat zunächst die Übersicht und spielt den Pass auf Louis Schaub. Der macht hier auch vieles richtig. Lässt Marcinko aussteigen, scheitert dann aber am starken Osman Hatzikic, der den verletzten Robert Alma im Austria-Tor ersetzt. Und unglücklich für Rapid ist, dass sich Kapitän Schwab bei dieser Möglichkeit dann auch noch so schwer verletzt, dass er nicht weiterspielen kann. Tamas Santo kommt für ihn und Rapid liegt nach der ersten Hälfte mit 0 zu 1 zurück. Und die zweite Hälfte beginnt mit einem weiteren Schock für Rapid. Nach diesem verunglückten Abschlag von Richard Strebinger kommt der Ball schnell wieder zurück. Und Alexander Grünwald stellt nach 47 Minuten auf 2 zu 0 für die Wiener Austria. Grünwald erzielt schon sein fünftes Saisontor. Richard Strebinger hat hier auch mitgeholfen. Und dann spielt Venuto diesen Pass auf Kayode. Der ahnt Grünwald in seinem Rücken, das hat er richtig stark gemacht. Und der Austria-Kapitän hat dann natürlich keine Mühe, hier das Tor zu machen. Und wenig später hätte schon endgültig alles klar sein können. Da kommt Felipe Pires zu dieser Top-Möglichkeit für die Austria. Er macht es alleine und scheitert an Richard Strebinger. Wieder eine Unsicherheit bei Rapid. Schlechter Rückpass, den Sonnleitner hier nicht klären kann. Und Pires hätte hier wohl besser aufspielen sollen, hatte dazu auch zwei Optionen. Rapid ist geschockt und es dauert bis zur 73. Minute, bis es dann eine zwingende Chance auf den Anschlusstreffer gibt. Die hat Mario Sonnleitner. Die Grünen scheitern auch an ihrer Chancenverwertung. Rapid lässt auch die besten Möglichkeiten liegen. Santo trifft nach 82 Minuten nur die Stange. Und Schaub vergibt dann den Rebound. Und das war eine weitere Riesenmöglichkeit für Rapid. Santo hat bei seinem Abschluss einfach nur Pech. Der Ball springt ins Feld zurück. Schaub hat dann das leere Tor vor sich und muss eigentlich das 1 zu 2 machen. Und eine Chance gibt es dann noch in der Nachspielzeit, um zumindest einen Ehrentreffer zu erzielen. Quilitaia hier zunächst mit dem Kopf. Und dann scheitert auch noch Maximilian Hoffmann am herausragenden Osman Hatzikic. Das ist die letzte Chance für Rapid und das sind die letzten beiden starken Paraden vom Austria-Keeper. Rapid verliert das Darwin mit 0 zu 2 und hat schon sechs Spiele in Folge nicht gewonnen. Und damit ist ausgerechnet die Austria die erste Bundesliga-Mannschaft, die im neuen Rapid-Stadion gewinnt. Natürlich haben wir gewusst, dass das ein Pflicht-Sieg ist eigentlich. Und wir haben es aber nicht geschafft, deswegen. Es ist ungemütlich. Es ist nichts Neues. Wir wissen auch, dass wir gewinnen müssen und siegen müssen. Und das ist uns leider nicht gelungen heute. Wir werden weiter kämpfen und alles tun, um wieder in die Spur zu finden. Für uns definitiv ein bitterer Nachmittag, weil wir nach den ersten 15 Minuten, wo es hektisch war, wo es aggressiv war, von beiden Seiten, wir eigentlich eine gute Kontrolle hatten im Spiel und uns riesen Chancen rausgespielt haben, wo uns dann wieder einmal die Abgeklärtheit, die Ruhe vor dem Tor fehlte, um dann auch hier in Führung zu gehen. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht viel falsch gemacht, sind trotzdem in Rückstand geraten und haben in der zweiten Halbzeit dann immer Rückgänge machen können und haben dann verloren. Ja, wir sind, glaube ich, nach den ersten hektischen Anfangsminuten haben wir das Spiel kontrolliert. Man kriegt halt einen ungerechtfertigten Elfmeter, bist 1-0 hinten. Natürlich haben wir Chancen gehabt, genug, um trotzdem zu gewinnen. Aber es ist uns halt wieder nicht gelungen. Und wurden dann bitter bestraft durch eine Situation, die man nicht geben muss, weil die Entscheidung schon mehr als hart war, diese Elfmeter-Entscheidung. Weil Sonny geht zum Ball, trifft den Ball und der Kopf ist ziemlich weit unten vom Spieler von Austria. Aber ja, das war ein Nackenschlag, der in unsere Situation passt, genauso wie die schwere Verletzung von Stefan Schwab. Der Ball wird reingeflankt, der Torhüter föscht den ab von uns und ich gehe zum Ball ganz normal. Ich spiele den Ball auch und der Grünwald kommt dann mit einem Hechtkopfball und will den Ball mit dem Kopf verwerten. Und es ist ein Pressschlag mit dem Kopf und ich mit dem Fuß. Und der Schiri pfeift auf einmal Elfmeter. Das ist ja für mich unverständlich, weil ich ungefähr in Hüfthöhe war. Meiner Meinung nach war das vielleicht der Presser, aber der ist mit dem Kopf, weiß ich nicht, auf Kniehöhe, auf irgendwas. Also was soll der Sonny machen, ich meine, das ist Fußball, soll auch mit dem Fuß hingehen. Ich meine, macht einen Hechtkopfball, keine Ahnung, was sich der Schiedsrichter dacht hat. Also es war eine Fehlentscheidung. Den Elfmeter habe ich noch nicht gesehen, ob er den geben muss oder auch nicht, aber es ist egal, der Schiedsrichter hat entschieden. Und ja, ich glaube, ich habe dann die Riesenchance auf 1-1, muss ich machen. Nehme mich auf meine Kappe und in der zweiten Halbzeit gleich das 2-0 kassiert. Das war auch nicht ideal für uns. Ich denke, wir können trotzdem noch alles geben und wollten den Anschlusstreffer ziehen, aber haben es einfach nicht geschafft. Wir haben genug Chancen gehabt. Die Austria ist auch einmal noch durchgekommen nach dem 2-0, was auch normal ist, aber sonst haben wir es gut gemacht. Wir haben das Spiel kontrolliert, aber im Endeffekt den Ball nicht reinkriegt. Und das ist das Wichtigste im Fußball. Die Fans haben mich toll empfangen. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Unterstützung, die sie mir geben. Für mich ist es natürlich nicht einfach gewesen, weil ich mein letztes Spiel in der letzten Saison gehabt habe, aber ich habe alles gegeben versucht, alles rauszuhauen aus meinem Körper. Ich habe, ja, leider hätte ich mir das auch kein Back anders gewünscht, aber es ist halt so, wie es ist. Es ist kein Wunschkonzert und das Leben geht weiter. Wir müssen schnell wieder aufstehen, die Köpfe hoch, die Köpfe aufrichten und dann nächstes Spiel ist gegen Blau-Weiß-Linz. Du, es geht einfach nur darum, dass du weiter arbeitest, dass du weiter hart arbeitest, weil ich glaube, dass wir heute auch in vielen, vielen Phasen richtig gut Fußball gespielt haben. Und es geht darum, dass wir an der Effizienz arbeiten. Das hat uns heute die Austria vorgemacht. Die war sehr effektiv. Vor dem Tor hatten wir ein Manko und deswegen ist dieses Spiel heute 0-2 ausgegangen. Ich glaube, dass das ganze Spiel ein Produkt der Vergangenheit war. Wir haben in der Vergangenheit gute Leistungen gezeigt, haben Siege eingefahren, auch gegen Rom ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, dass diese Vergangenheit viel Selbstvertrauen mitgebracht hat, auch natürlich in der einen oder anderen Situation Glück. Nur wenn man gut gespielt hat, hat man auch mal in den einen oder anderen Situationen Glück. Und in der Vergangenheit hat Rapid Wien Probleme gehabt und dann gehen auch die größten Chancen mal nicht rein. Und ich glaube, dass wir die ersten 25 Minuten eine sehr gute Leistung gezeigt haben. Wir haben gleich gezeigt, dass wir gewinnen wollen. Dass wir dann nach dem Elfmeter doch sehr destruktiv gespielt haben, über außen viel zu viel Platz gelassen haben und auch vorne im Stören des Spielaufbaus mit 2 gegen 4 zu wenig Spiele hatten. Das heißt, wir wollten das ein bisschen in der Halbzeit verändern, aber wir haben dann auch das 2 zu 0 gemacht in der richtigen Situation. Das war auch, glaube ich, für uns sehr, sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass wir es sonst mit dem 0-1 durchgestanden hätten bis zum Schluss. Ich wusste, dass wir ein 2 zu 0 machen mussten. Und ich bin natürlich stolz nach dem schweren Spiel in Rom, dass die Mannschaft noch mal hier diesen Siegeswillen hatte. Dass das Spiel für mich heute wichtiger war als das gegen Rom, habe ich vorher schon meiner Mannschaft gesagt. Die Meisterschaft ist die Basis und nicht die Europa League. Das nimmt man mit und nimmt das den Wind mit, den man dort natürlich mitnehmen kann. Aber am Ende müssen wir am Sonntag gewinnen. Und wir sind die erste Mannschaft, die hier gewonnen hat. Und das ist natürlich auch für unseren Verein sehr, sehr wichtig. Danke. Vielen Dank, Meg. Darf ich dich bitten, wir haben die Statistik vor uns liegen. Glaubt man nicht, dass das Ergebnis dann, sobald man die Zahlen sieht. Aber doppelt schmerzhafte Niederlage natürlich auch wegen einer Neuzwehrverletzung. Ja, erstmal Glückwunsch an Thorsten. Aber natürlich doppelt schmerzhaft. Ja, super Kommentar. Wie war das mit Größe und Sieg? Ja, für uns definitiv ein bitterer Nachmittag, weil wir nach den ersten 15 Minuten, wo es hektisch war, wo es aggressiv war, von beiden Seiten wir eigentlich eine gute Kontrolle hatten im Spiel. Und wir haben uns riesen Chancen rausgespielt, wo uns dann wieder einmal die Abgeklärtheit, die Ruhe vor dem Tor fehlte, um dann auch hier in Führung zu gehen. Wie gesagt, das war mehr als einmal möglich. Natürlich, wir haben diese Chancen verpasst und wurden dann bitter bestraft durch eine Situation, die man nicht geben muss, weil die Entscheidung schon mehr als hart war, diese Elfmeter-Entscheidung. Weil Sonny geht zum Ball, trifft den Ball und der Kopf ist ziemlich weit unten vom Spieler von Austria. Ja, aber ja, das war ein Nackenschlag, der in unsere Situation passt, genauso wie die schwere Verletzung von Stefan Schwab. Wir haben uns dann viel vorgenommen für die zweite Halbzeit und bringen uns dann in noch größere Not, direkt nach der Halbzeit, weil wir den Ball nicht weit genug schlagen können. Dann die Halbzeit, der den Ball abfängt, die Situation dann gut ausspielt und dann bist du 2-0 hinten und trotzdem hältst du die Initiative noch hoch, hast Chancen, leere Tor, hast Chancen, 10 Meter vor dem Tor. Du wirst dann hektisch, bleibst nicht ruhig und hast dann am Ende 30-8 an Torschüssen, aber im Ergebnis 0-2. Und damit müssen wir leben, das müssen wir für uns verarbeiten und durch diese Situation gehen. Dankeschön. Herzlichen Dank, ich gehe davon aus, Kollege Hackel möchte den Beginn machen, weil das Mikrofon auch schon da ist. Bitteschön. Trainer Büskens, ich meine, ist jetzt zu befürchten, dass diese üblichen Mechanismen im Fußball anfangen? Man hört schon von der Tribüne, jetzt ist gegangen Müller raus, dann am Schluss ist das... Ja, was kann man da machen? Ich meine, einfache Lösung ist gewinnen, dann ist wahrscheinlich die schwierigste. Ja, es geht einfach nur, dass du weiter arbeitest, dass du weiter hart arbeitest, weil ich glaube, dass wir heute auch in vielen, vielen Phasen richtig gut Fußball gespielt haben. Ja, und es geht darum, dass wir an der Effizienz arbeiten. Das hat uns heute die Austria vorgemacht, die war sehr effektiv. Vor dem Tor hatten wir ein Manko und deswegen ist dieses Spiel heute 0-2 ausgegangen. Danke. Weitere Frage, Kollege Hackel, oder? Nein? Doch. Wenn man sagt, ist das jetzt der Beweis, dass man eigentlich auf Statistiken pfeifen kann oder nichts aussagegegeben kann, wenn man wirklich diese Zahlen anschaut. Wahlbesitz, Zweikampfquote, 59, Torschüsse, trotzdem gewinnt die Austria 2-0. Können wir in Zukunft sowas wegschmeißen? Ist das jetzt Ihre Meinung? Oder dann brauchen Sie mit demnächst nicht mehr mit Statistiken zu kommen, wenn es mal negativ gegen uns ist. Nein, natürlich, gewisse Statistiken sagen schon was aus. Es sagt aus, dass David heute kein schlechtes Spiel gemacht hat. Das sieht man ja. Wer so viele Flanken oder Torschüsse hat und wer so viel Ballbesitz hat, der wird kein schlechtes Spiel gemacht haben. Nur die entscheidenden Fehler haben sie halt dann gemacht und wir haben die genutzt. Von daher, das zählt halt im Fußball manchmal. Manchmal stimmen die Statistiken und manchmal nicht. Aber ich glaube, heute stimmen sie und trotzdem haben sie für uns die beste Statistik gehabt. Die steht nicht da, oder steht da, dass wir Tore gemacht haben. Das ist eine super Statistik. Ja, darf bitten, ganz letzte Reihe, Kollege Langen. Die Frage an beide Trainer. In dem Fall an den Austertrainer darf die Austria mit diesem Tabis-Sieg und 7 Punkten Rückstand auf Sturm Graz weiter irgendwie damit spekulieren, dass man in einem Titelrennen um die vorderen Plätze ist beziehungsweise an den Mike Büskens hat sie mit der Niederlage rapid zumindest einmal jetzt vorläufig aus dem Titelrennen, im Meistertitelrennen, im Cup ist man dabei, aber im Meistertitelrennen praktisch verabschiedet und ist nur mehr durch die mathematische Theorie dabei? Ja, wir haben ja immer gesagt, wir haben es schwer in diesem Jahr mit der Europa League, wenig große Neueinkäufe, also ich weiß nicht, ich könnte es ja immer sagen, wir haben nicht so viel eingekauft und sie müssen nicht so teure Spieler und von daher haben wir etwas kleinere Brötchen gebacken mit dieser Europa League. War es klar, dass wir den einen oder anderen Punkt liegen lassen und es hätten wir schon mehr haben können. Deswegen haben wir gesagt, natürlich trotzdem wollen wir Meister werden, weil der Anspruch ist bei Austria Wien einfach zu sagen, wir haben endlich letzter Drittjahr geworden, dann kann ich nicht sagen, warum wir da Dritter werden, aber nur für uns ist es kein Muss und wir konzentrieren uns wieder einfach auf nächste Woche und schauen mal, was wir gegen Sturm machen können. Wenn Sturm gewinnt, sind es sicherlich viele Punkte, wenn wir gewinnen, dann, wenn Sturm dann unser Konkurrent ist, dann nehmen wir das natürlich an, aber ich glaube, dass am Ende Red Bull schon der Meisterschafts-Favorit ist weiterhin. Sie müssen das auch sein, wenn ich die Vergangenheit sehe und was Sie ausgegeben haben für Spieler. Danke. Ja und zu uns, wir sollten daran arbeiten, was die Statistik beschreibt, nämlich, dass wir effektiver sind und deshalb brauchen wir jetzt nicht auf die Tabelle schauen, das sollte uns gar nicht beschäftigen, sondern wir sollten schauen, dass wir im Abschluss wieder zu einer Stärke finden, dass wir nicht auch wie am vergangenen Donnerstag Spiele erleben, wenn wir uns nicht dafür belohnen, dass wir uns eigentlich viele, viele Möglichkeiten erspielen und deswegen ist es jetzt nicht elementar, dass wir auf die Tabelle schauen. Entschuldigung um die Nachfrage, Rapid war Vizemeister letztes Jahr, hat den Trainer gewechselt und ist im Moment eher aus dem Rennen um einen Meistertitel heraus und wahrscheinlich früher als geplant, ist auch klar, aber ist es nur Spekulation im Moment Ihrer Meinung nach oder muss man das möglicherweise früher abhaken, als man es vorhatte? Ja, wir sollten jetzt erstmal schauen, dass wir uns auf die nächsten Spiele fokussieren und nicht darauf, was die Tabelle zeigt. Das sind für uns Dinge, die wir jetzt beeinflussen können. Dankeschön. Gut, ein Fehlalarm, aber ich nehme an, es gibt noch die eine oder andere Frage. Bitte, dem Kollegen Peter Klöbel. Erstens einmal, wie fühlt es sich an, die klare Nummer eins von Wien zu sein und zweitens, es spielt jetzt Sturm und Alltag. Ich weiß, der Cup kommt auch noch davor. Ich weiß nicht, was fühlt sich an, die kleine Nummer eins zu sein. Ja, wir haben die klare, ach so, die klare Nummer eins, Entschuldigung. Sei klar, wir sind fünf Punkte vor. Ich möchte nicht zu früh irgendwie, wir waren letztes Jahr auch mal Herbstmeister, glaube ich, und sind dann weit hinter Rapid Wien gelandet und hinter Red Bull Salzburg. Also ich war auch mal mit Basel zehn Punkte hinter Young Boys Bayern und habe die Meisterschaft geholt. Also das geht alles und da muss man immer Hoffnung haben. Aber wir wissen auch, dass wir den Moment genießen können, weil wir gute Leistungen abgeliefert haben, weil wir die Punkte im Moment holen und weil wir gute Stimmung haben. Und das wollen wir natürlich weiter mitnehmen. Natürlich auch in den schweren Spielen mit Sturm und auch gegen Alltag. Natürlich wollen wir auch im Cup eine Runde weiterkommen. Aber im Cup wird sich sicherlich der ein oder andere mal ausruhen können, sodass wir mit vollem Einsatz dann gegen Sturm spielen können. Das wäre ja für alle gut, wenn wir mal Sturm besiegen. In der Meisterschaft wäre wieder die Meisterschaft offen. Dankeschön. Bitte, gibt es eine Nachfrage? Ja, eine Nachfrage noch. Raphael Holzhauser. Ist es ein Risiko, jemanden mit einem Bänderis spielen zu lassen? Ja, ich schaue erstmal von Woche zu Woche. Ich möchte das Spiel gewinnen und lasse meine Besten auflaufen. Und weil er einen Bänderis hatte, oder? So schwer. Ja, er hatte einen Bänderis. Das sagt nicht nur er, das sagen die Ärzte. Und er hatte also ein Band, das für das Vordere ist, war gerissen. Und war gerissen. Und aber meine Infos waren, dass es kein Risiko ist, aber wenn er über den Schmerz gehen kann. Und das konnte er heute. Und da muss man auch nochmal ein großes Lob zahlen. Und nochmal, die Berater brauchen mich nicht mehr anrufen wegen dem neuen Torwart. Wir haben gute Torhüter. Vielen Dank. Danke, Christian Hackl. Das Mikrofon kommt sogar noch einmal. Hat die Austria irgendwie gelernt, sich in letzter Zeit auch richtig einzuschätzen? Sie haben auch vorher gesagt, man soll sicher nicht so offensiv spielen, ein bisschen vorsichtiger. Die Mannschaft ist deswegen eine sehr positive Weiterentwicklung. Dass irgendwie ein Realismus da ist. Genau, dass man weiß, was man kann, was man vielleicht nicht kann. Ja, Sie haben ja gesehen, dass wir in dieser Saison sowieso auch schon zu viele Gegentore bekommen haben. Für uns war es wichtig, dass wir mal zu null spielen. Gegen Roma war es natürlich schwierig, da zu null zu spielen. Das haben Sie gesehen, war eine riesen Qualität da. Aber jetzt in der Meisterschaft zweimal hintereinander zu null. Und das ist jetzt mal ein Anfang wieder, worauf wir aufbauen können, was wir verbessern wollen. Aber wir sind auch realistisch, dass wir auch immer wieder Probleme haben, dass wir in letzter Zeit, also jetzt in letzter Zeit war es gut, aber davor nicht sehr konstant waren. Aber das liegt natürlich auch daran, dass bei uns Spieler spielen, die sehr, sehr jung sind und noch nie in der Europa League gespielt haben. Das ist ein ganz anderer Rhythmus. Daran muss man sich gewöhnen. Und vor allen Dingen auch, man geht, letztes Mal hat mich jemand gefragt, warum könnte er nicht so immer spielen wie gegen Pilsen oder wie gegen... Und er hat gesagt, kommst du denn morgen auch zu St. Pölden, habe ich ihn gefragt. Er hat gesagt, nee, St. Pölden, gucke ich mich nicht an. Warum ist er nicht so motiviert, jedes Mal auch gegen St. Pölden zu kommen? Und das ist schwierig für eine Mannschaft, immer die Top-Leistung abzurufen, von Woche zu Woche. Die, die das können, die spielen heute woanders. Die spielen in England oder wo oder in Deutschland, die das wirklich können. Und trotzdem haben wir eine junge Mannschaft. Wir können ja auch viele entwickeln, die mal da hinkommen können. Danke sehr. Bitte. Der Herr Hakel von der Fall. Was muss man da? Muss man jetzt zu den Spielern nett sein? Muss man forsch sein? Welche Maßnahmen? Das ist theoretisch. Ich glaube, man muss an die Effizienz arbeiten. Aber wie macht man das? Was kann da der Trainer tun? Wir werden das Spiel morgen mit den Jungs analysieren. Definitiv. Wir werden ihnen die Szenen zeigen, die gut waren. Aber auch, wo vielleicht die Abstände nicht stimmen. Wo wir es Austria dann auch zu einfach gemacht haben. Und wir werden natürlich auch schauen, dass wir die Jungs weiterhin in diese positiven Situationen bringen. Und dass sie sich in diesen Momenten das Vertrauen holen. Und die Ruhe, dass es dann auch am Wochenende, wenn sie in diesen Situationen sind, das dann klappt. Genau, was bei Stefan Schwab. Ja, also ich denke nicht, dass wir ihn in diesem Kalenderjahr noch sehen werden. So, bitte Michael Fahli, Krone Online. Danke. Die Frage kommt wahrscheinlich eh nicht wahnsinnig überraschend für die beiden Herren, weil es ja auch eine Schlüsselsituation war, nämlich der Elfmeter zum 1 zu 0. Wie beurteilen Sie beide diesen Pfiff oder diese Entscheidung? Ich glaube, Maik hat schon was dazu gesagt. Im Fernsehen sah es so aus, als wenn er den Kopf trifft, der Sonnenleitner. Man kann aber darüber streiten, ob der Kopf zu tief war. Das war das, was ich gesehen habe. Aber das war jetzt für mich keine absolute Fehlentscheidung. Es war eine Situation, da kann man Elfmeter frei, muss man nicht. So habe ich es wahrgenommen. Ich fand ihn fragwürdig, weil der Kopf ist wirklich tief und die Bilder, die ich gesehen habe, trifft Sonny den Ball und zwischen dem Kopf des Ausseherspielers und dem Bein oder dem Fuß von Sonny ist der Ball. Er hat es gegeben. Mein Gott, warum diskutieren wir? Dankeschön. Noch weitere Fragen an die beiden Herren, bitte. Alex Tieter von der APA und ich glaube, Alex Huber noch vom Kurier. Sollen wir Schluss haben mit der Frage rein? Machen wir die letzten zwei Fragen, okay? Es ist Sonntagabend. Herr Büskens, in den letzten zwei Heimspielen hat es vier Verletzte gegeben. Möglicherweise haben drei Verletzungen damit zu tun gehabt, dass Spieler beim Rasen irgendwie hängen geblieben sind. Hat das irgendwie mit der Rasenqualität zu tun oder war das einfach nur Pech? Also, soweit sind wir euch. Bei der Analyse. Fakt ist, dass es uns richtig wehtut, dass jetzt, ja, Debi uns einige Wochen ausfällt, dass Schössi, der heute gebissen hat, aber dass der ein bisschen braucht, um wieder Richtung 100% zu gehen, bis seine Ruptur ausgeheilt ist. Und natürlich Schwabi und Steffauer, ja, zwei weitere Fälle sind, die uns logischerweise richtig, richtig wehtun, weil auch Schneck ist sehr flexibel einsetzbar, kann auf beiden Außen spielen und über Schwabi brauchen wir nicht reden. Aber das ist eine Situation, die müssen wir jetzt so für uns annehmen. Danke sehr, bitte. Aus. Das sei denn, sie wissen mehr, aber eigentlich gehe ich davon aus, ja.